ich hab das schon gehasst als kleines kind die dinge mal zu lösen auch nö nicht gleich ein trubbel peder ich kann meine fähigkeit nicht aktivieren doch jetzt jetzt hätte ich vorher wissen müssen dass mein ding ist ach käse ach nö oh mädel warum reagierst du auf einmal wieder so scheiße die wie wie Ssssssssssssssssssssssssssssssss Hm, kein Gegner? Okay. 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 Ohhhh Rechtsfall von dieser Sorte. Hey, hallo, süßer, komm mal her. Ich stell dir auch Plump hier vor. Ich glaub, der will Plumpy nicht kennenlernen. Hey, danke, reicht, wenn du das Schwert mitbringst. Ah ja, okay. Lass deine albernen Tricks. Ich hab gesagt, lass deine Tricks. Schlag dich so lange, bis du aufgibst. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich mich vom Roten wieder entferne. Oder ist das der Rote? Ne, ist das der Rote. Du willst mich doch jetzt verarschen. Ich hab doch nur die Hälfte. Ah, toll. Meine Frau sagt mir gerade, ich muss danach anschließen. Nach dem Gelben. Lila nicht. Ahhhh Ahhhh Den ganzen Weg zurücklaufen. Das heißt, ich muss dieses verkackte Puzzle nochmal mit dem Roten machen. Nein. Hahahaha Game strecken wird mal das, wenn du durch die halbe Map nochmal renn musst. Du tritt dir gleich gehörig in den Arsch. Du könntest es ja selbst mal spielen. Dann machst du das definitiv nicht. Ob ich sowas freiwillig machen würde. Hab gedacht, es geht von links nach rechts. Links war gelb. Deswegen hab ich jetzt rot genommen. War das rot zum Schluss? Weil, 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 weil. Lila ist da. Weil, weil. Guck mal. Da sind so böse Viecher. Die gucken schon von der Ferne einen böse an. Die hab ich gedacht, Lila ist zum Schluss dran. Was ist wirklich da durch? Ja. Ja. Guck mal. Das da guckt einen echt böse an. Montag zu seiner. Spannende Musik Scannende Musik Amt. Passt. 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 Ah, Vicky Shaft. Oh, fein nö. Muss ich eigentlich den nicht da hinkriegen. Den unten, den unten und dann den. Oh Mann, so ne Scheiße. Wer hat Schuld? Plumpy. Du musst aber auch immer einen abblinken, ne? Ne, den brauche ich ja da auch. Ja. Es war so klar, es kann nur Plumpy gewesen sein. Du Plumpy besitzt diese Frechheit. Okay. Ja. Ah, nee, so nicht. habe ich den den er steht schon mal richtig Oh bin ich gut Lass uns in die Länge ziehen Flumpy Kriege ich jetzt auch schon hier wieder neue Jetzt führt das Ding da lang Aiiiiii Hier löste ich die Steinplatte vor meinen Augen auf und ich falle runter. Game over. Ach da spiele ich sowieso schon die ganze Zeit gemeinsam zu mir. Ich weiß nicht, ich traue dem Braten nicht. Ich kriege bestimmt jetzt hier aufs Maul. Ohohohohohohohohoho. voll in den arsch ich habe noch trummelpeter vor mir kleine hinterher nistige drecksvieh gib mir deine lebenskraft du schon wieder ja mach verschwinibus du bist der leichteste gegner hier Dead. Gibt es hier sonst noch was für mich? Ne? Okay. Lila haben wir gemeistert. Ganz das Schlimmere ist dieses scheiß Rätsel hier. Was darf ich die ganze Scheiße nochmal umstellen? Oh nö. Warum? Woom! Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schau an, die passen auch zusammen. Schau an, die schau an, die schau an. Oh, ich bin so gut. Nee, ich find's nicht. Geile. Doch. Doch, ich hab's. Das muss zu sein.